Hallo, mein Name ist Jörg Haupner. Ich bin einer der Veranstalter des Tango-Fest Dresden. Mittlerweile das dritte Tango-Fest 2013. Wir sind Anja Dress, Armin Krieger und meine Wenigkeit Jörg Haupner. Und wir organisieren dieses Festival an verschiedenen Orten. Es gibt Tanzkurse über den Tag, Tango-Cafés. Untertitelung des ZDF, 2020 Untertitelung des ZDF, 2020 Mein Name ist Walter Pfeiffer. Ich komme aus München. Und Tango tanze ich, weil es einfach ein schöner Tanz ist, weil mir die Musik sehr gut gefällt. Man lernt viele nette Leute kennen. Und Dresden war ich noch nie. Jetzt haben uns Freunde eingeladen. Und Tango-Fest Dresden ist natürlich der richtige Aufhänger, um mal nach Dresden zu fahren. Dann werid. Und viele nette Leute kommen mit! nh Untertitelung. BR 2018 Untertitelung. BR 2018 Untertitelung. BR 2018 Untertitelung. BR 2018 Untertitelung. BR 2018